Hallo Party People! Ja, willkommen zurück in der Hölle! Und weiter geht's mit einer tollen Tanzanlage. Keine Ahnung, warum ich mich hierbei so aus verspreche. Alter, wahrscheinlich liegt es an der tollsten Musik. Ich würde sagen, let's go, nein, let's dance, genau. Und... Oh. Hä? Und lass uns hier weiter Rätsel lösen. Kann ich den eigentlich erschlagen? Okay. Ah. Damage. Okay, okay, Moment. Nachdenken. Hm. 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 Hier habe ich 43 Schritte. Okay. Hey. Nee, das ist ja wieder das, was ich vorhin gemacht habe. Oh Mann. Oh Mann. No. No. Ja. Okay. Ja, ich bin. Ja. Ja, ich bin. Na. Ja. 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 Ummm... ... ... ... ... ... ... ... ... Es geht um nichts zu tun. Hmm, das geht um nichts. Lass hier mal einer Guck! Toll! Wenn die Tastatur viel zu windig ist, ne? Wait. Was hab ich noch mal gemacht? Was hab ich denn so gemacht? Nein! Da hab ich doch nicht... Oh Mann! Wie war das noch mal durch, ne? Oder? Nein, das ist ja das gleiche Ergebnis dann! Was hab ich denn gerade gemacht? So, hier, ne? Das hab ich gemacht, genau! Ja und dann? Keine Ahnung! Ach, Moment! Da war's doch gerade! Ah, ich hab's doch gerade gesehen! Moment! Ach, Himmel! Äh... War's das? Nein, Moment! Verdammt! Oh Mann! Was hab ich für einen Kurzzeit gestationet? Runter! Nochmal runter! Hä? Nein! Oh! 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 Ich bin verwirrt! Moment! Was hab ich denn gerade gemacht? das habe ich gemacht genau das da hin das da hin das da hin was macht ein engel in der hölle der kuriose engel oh mein himmel was würde ein lebendiger mensch in der hölle wollen sehr unüblich oder so keine ahnung looking for demons looking for angels sollte ich die wahrheit sagen oder töten sie mich das ist ja doch deswegen bin ich ja hier ist die psych oder ist die wirklich nur so kurios lächelnd 50 50 chance ich hoffe bei der verpeile ich es nicht aber das würde seltsam für mich sprechen wenn ich bei einem engel es vermassel also so richtig na ja nur gegen for demons schau mich nach dämonen um das ist ja die wahrheit ich meine warum sollte man in der hölle engel suchen das oder ist das oder ist das umgedrehte psychologie oder ist wiederum das umgedrehte psychologie die 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 meine die 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 der die So, hin und her, vor und zurück, äh, 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 ach, hm, ja, hm, ja, hm, ja, nein, ach komm, oder? Ach komm, ja, ich hab zu viel nachgedacht, wait, w-was, was? Wait, what? Oh, you too? Oh, du auch? Let me guess, Thesis und Modern Sin? Lass mich raten. Theorie an modernen Sünden? Or is it Demonology? Oder is it Demon-Demonologie? We should join forces. Wir sollten unsere Kaste vereinen. Oh, wait, 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 wait. Äh. Atatacel ist was für ne Art von kurioser Engel? Neugieriger Engel. Okay. Ok, ein Engel, äh, ist das die Selbe von vorhin? Hä? Nein, die mit der Zigarre von vorhin, die hatte keine Brille anwärts, das stimmt. Vor allem, warum hat, ach egal, äh, ok, 10 Minuten, ich glaube, das könnte ich noch schaffen, wenn ich mich anstrenge. Ah, okay. Au! Au! Verdammt, warum habe ich das gemacht? Hey, und jetzt? Das ist wo? Genau! Das ist wo? 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 Ich bin tot! Hm! Ich bin tot! Geht! Du hast du? Das ist das, was ich jetzt. Ja, der Leit ist. Okay. Ahhhh Ahhhh Dunch Omen Ach das gibt's doch nicht Hm 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 Warum auch nicht so? Ah 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 Manu Ah 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 Nein nein warum machst du das warum ey meine wehs hast du was ist mit da los ach Moment doch mal ja 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 Ah, man! Nein. Gut, soviel zu diesem Level. Bis zum nächsten Mal.